Aber das hört sich auch so nett an, so wie auf Französisch, ne, d'accord, mon erreur, heißt, okay, mein Fehler. Und da waren wir hier in Paris, wie der Eiffelturm, auf dem Weg da hin, und ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, du läufst da drauf zu und denkst plötzlich so, boah, und ich bleib dann immer stehen. Ne, ich lauf jetzt nicht weiter und denk, oh, wie schön, sondern, buff, bleib stehen. Und von da kam eine Franzose, rutsch, wutsch, da lag ich da, da hat er mir so ein bisschen aufgeholfen und da dauert ja auch was. Und dann guckt er mir so in die Augen, weißt du, so bis da wir nebeneinander standen und er guckt in die Augen und sagt, d'accord, mon erreur, ja, da gehst du mit.